Nein. Ah... Ja, wenn du dich nicht zusammenrest. Hallo zusammen und willkommen. Nein, jetzt unterbreche ich dich. Ich verstecke mich da an! Hallo, twenties. Hi. Du kannst das ja auch. Aber nicht so elegant wie du, natürlich. Ja. Das ist fast wie das Springen in Resi-6, ich weiß. Oh! das muss es sein große funkturme kennig zeigt was machst du hier ganz allein wo sind deine eltern ich habe ich weiß nicht warum ich hier bin ich bin es einfach sie hat sich entführt genau wie meine kleine kannst du mir in der nase bohren ok jetzt habe ich also eine taschenlampe es wird es ermöglichen sich neue möglichkeiten ermöglichen sich neue möglichkeiten ich kann nicht so richtig reden 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 ich bin ein bisschen okay da ist ein stein wo natalia ich weiß gar nicht ob wir schon in den richtigen ich habe keine ahnung ich habe hier einen weg gesehen ich gehe hier können 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 wir zum strand gehen ich dann den steinigen stand da oben ist eine kiste ich muss erst hoch sonst du hast keine angst vor mir ja nein du bist in ordnung ja du du riechst halbwegs ok du bist auch in ordnung pass auf käfer ich kann gar nichts überhaupt also kannst du wirklich nur zeigen oder was ja na gut vielleicht kannst du gleich noch irgendwas machen wir haben es übrigens an die zuschauer wir haben versucht zu wechseln es geht leider nicht das sofa ist zu weit auseinander als dass man jetzt die controller zwischen könnte und wir sind frau ich habe gerade so eine coole in die couch gesessen gut das ist dick ist cooler aber trotzdem natalia ich dachte das ist ein schöner name ich glaube ich richtig und da kommen will ich welches denn dieses genau benutzen was was sollst du sparsam benutzen was machst du ich kann es mal anzeigen und dann werden wird mein punkt weiß scheiß auf das monster folge mir ich muss das töten das hätte sonst in den rücken gewissen bleib da bleib du doch da ich triggere mal noch mehr fücher warum kannst du die anzeigen was was bringt das warum da dahinter ist was da ist eine münze von denen ich die münze doch da hinten ich folgte einfach du bist das kleine mädchen du hast ja noch was zu den magischen finger der gegner rot leuchtet der lässt sich gegner rot leuchten oder was da da ist und sieht uns nicht was zur hölle das ist wohl der einzige weg hier durch dann kannst du durch wände gucken oder was das monster kommt ja ach ich sehe sie auch durch wände und kann sie für dich markieren also ich sehe keine markierung darum muss ich hin zeigen können aber ich sehe ich habe ja keine markierung also ich habe dadurch nichts das ist kein kein noch nicht so ganz ja vielleicht muss ich ja auch noch was machen so ich direkt mal kombinieren die monster er hat die wand schon mal da vorne ist etwas sei vorsichtig hatte ja die so anlocken man sieht nur das was da ist wie zeigst du denn überhaupt mit r2 ist etwas sei mit l2 sowie mit der taschenlampe zu fokussieren warte ich kann ja auch nichts dann machen und wenn du dann r2 drückt passiert auch nichts oder was da vorne ist etwas sei vorsichtig nein es bringt mir nichts dass du die siehst also gut ich könnte über die unten hingucken da vorne ist etwas sei vorsichtig das monster kommt das sind die richtigen zombies das ist wohl einer der infizierten aus dem das ist auch ein zombie das monster kommt alles klar ich weiß jetzt schon welcher spruch mir bald auf die davon gehen wird das monster kommt das ist das monster das monster kommt das sind dann waren du spach 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 schwein du spach schwein irgendwie hast du es mit schwänchen bei relations ja der hat mich so ein schwänchen erinnert ganz schlimm da vorne ist etwas sei vorsichtig weißt du das weißt du das ich kann sie irgendwie okay das ist dein text natalia hat die fähigkeit den aufenthaltsort von gegnern zu spüren indem sie mit l3 in die hocke geht kann sie die reichwerte ihrer wahrnehmung erweitern befindet sich natalia in der hocke kann sie sich lautlos bewegen wodurch sie schwerer von gegnern gefunden wird natalia kann außerdem versteckte objekte finden im sie mit l2 auf sie zeigt sehen nein tust du nicht kleine lady das ist zu gefährlich wieso ich habe keine angst diese fege wow da ist das monster da vorne ist etwas sei vorsichtig warte 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 ich warte bling ok das geht weiterhin interessant da blinkt auch was da ist ein Viech überlass den hier nur mir ja geil boah ich liebe ja schleicherangriffe ne das ist ja der evil within besteht ja größtenteils daraus ja deswegen hat mir das auch so gut gefallen glaub ich da vorne ist etwas sei vorsichtig ok 3 stück sagst du ne da 3 der einer sieht dich wahrscheinlich gleich der ignoriert dich komplett es ist nah aber sieht aus nicht was was wie habe ich denn das jetzt gemacht ich habe keine ahnung das gelang ich bin einfach reingetassen ich habe mich nicht gesehen ey ich beschwer mich ja nicht da ist eine medaille stimmt ja da vorne ist etwas sei vorsichtig ich bin vorsichtig uiih das hat jetzt aber kurz nen verbindungsabbruch gegeben oh echt ok wieso machst du denn sowas ja entschuldigung jetzt hat sichs wieder von den pixeln beruhigt ok ich bin echt mal gespannt wie das bei dir aussieht jetzt ist die frage gehen wir hoch da oben ist einer hier ist noch ne map oh nice achso jetzt haben wir auch die minimap oben ok gut ich dachte die ganze zeit die hätten sie nicht aber ja die war schon da nur nicht ausgefüllt teilweise ok da vorne ist etwas sei vorsichtig da sind noch welche jetzt drei insgesamt vier ok natalia ist jetzt schon fünf einer war da hinten warte einer hat uns wahrscheinlich gehört so wie er statt ich weiß nicht ich sehe gar keinen ich habe gerade einen hinter dem da kommt einer ja ja der ist rot der ist aggro was ich dann hinter ihm fast ja aber er war schon aggro die sind alle am leben der andere liegt noch da jetzt ist alles gut er kommt da kommt dann hat er kommt was so dass er geht nur auf und ab das glaube ich schon ja was ich bin ausgeglichen bringt ja nicht gut ach monster monster warum ist hier so zu überspringen da drin liegt auch noch einer der lebt er ist sehr robust warum zum teufel bist du interessiert ihn einfach gar nicht kiste aufnehmen ablegen was 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 ist denn okay was gut war schön mit ihr ich kann ich habe meine kiste gefunden ich habe sie jetzt weg genommen ich habe sie jetzt weg genommen ja nein warte und den wie sollst du da jetzt wissen bleib doch unten drey kommt der mir nach bleib halt aber hier scheint keiner zu sein wir sind hier schon richtig waren wir unten überall ja ich glaube schon wir haben wir waren da schon niemals da vorne ist es sei vorsichtig hier ist nicht den schlüssel auch gegen hätte ich gar nicht gesehen ich habe hier nur was anderes da ist auch irgendwas da kannst du jetzt durchgehen oder was warte da ist was weißes ja aber ich gehe erst durch wenn der vorbeigekrabbelt ist ok du musst die tür öffnen ja achso der krabbelt gar nicht ok dann gehe ich mal durch hier das monster ja das ist ok achso L1 und das monster kommt oh verdammt das war daneben ziegelstein attacke los natalia ziegelstein attacke und dann ist das nicht tot easy ja hallo siehst du meine arme ich bin ein monster das ist ja voll du bist das monster oh ich habe hier mehrere ziegelsteine warte ja kann ich das kann ich das nehmen nein doch da musst du doch 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 kommst du gerade nein das war für einen ziegelstein aber da stand sturm gibt da oh achso okay oh wow nein ich musst du wahrscheinlich hochheben und während ich durchkrieche kann ich es mitnehmen sie ist mich weggeschoben da ich bin stark sag ich ja sie ist echt krass im bar hm oh oder wir schieben das weg ich nehme es mit acht schuss ok danke ok warte wo ist hier was nirgendwo dieses spiel ist sehr seltsam kennst du die gegend ich kenn sie oh ja oder ja da unten war die erste werkbank ich kann hier runter klettern hä sicher ja das ist die erste ja doch stimmt 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 oh sorry habe ich irgendwas zum verbessern nö ok dann lassen wir das oh nein mein ziegelstein oh nein stimmt hier ist die äh folterbank ja wieso ist die runtergelassen warte sie hat kein strom ja das merkwürdige ist ja auch dass Barry hier mit so einem Aufnahmegerät ähm unterwegs war also er hat ja die den Funkruf auf ein Diktiergerät gehabt ja also es war ja nicht live sozusagen also sind wir wohl ein bisschen zeitversetzt unterwegs hier hier liegt übrigens noch ein Ziegelstein hinter dir hinter uns ich habe ihn mitgenommen äh das Monster kommt oh falscher Klipp warte 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 ne ein Stein da hinten in der Ecke liegt noch ein Stein aaa ok ich würde ja darauf zeigen nur leider habe ich das nicht geskillt meinst du das boah so Häcksler Häcksler ach aber die funktionieren noch ohne Strom niedlich achso komm ich bin nicht vorbei ach warte dort vorne ist was was ist das achso das ist der Ziegelstern oder was ja ich konnte nicht mitnehmen die durch Türen kannst du die nicht mitnehmen nein das geht hier überhaupt keinen Sinn ja der ist schon schwer hallo das hatten wir schon mal mhm ja dann müssen wir den Strom wahrscheinlich ausschalten ich bin grad froh dass ich keine Facecam anhabe weil ich glaube ich mache ein ziemlich dummes Gesicht ich habe nur doofe Gesichter so gesehen hast kein anderes da gehört nein ich raff das irgendwie alles nicht das ist sehr merkwürdig aber ich finde es nicht schlecht oder so aber halt oh hier ist ein Shotcut ah ja genau da hast du mich ja hoch geschmissen ich bin hier rum und hab dir aufgemacht drum müssen wir da lang gut dass du dabei bist ich bin völlig überfordert gerade stein 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 jetzt haben wir genauso gute Orientierung wie du ja endlich mal eine Schaltzentrale warte was ah von der anderen Seite verschlossen ok dass hier irgendwo was zum Tuch krampeln voll gut dass das kleine Mädchen so vorläuft ja und den Stein fallen lassen nicht den Stein mitnehmen oh no nix was liegt da was liegt da stein 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 warte warte sei vorsichtig geklappt im bar sag ich dir das was daneben oder das neue und ihr stein ich muss es hier lassen kannst du die tür für mich auf ich will den stein nicht verlieren lässt wir trotzdem fangen oder nicht ach so das ist so eine tür ok tatsache das war eigentlich als scherz ich warte ich warte steht gleich auf der steht gleich auf okay wäre sowieso nicht okay ist ja okay aber da drinnen ist einer der würde uns da vorne ist etwas sei vorsichtig die stein monster rechts ja ich hab dich mit dem stein abgeworfen sicher passt das ist wieder ein zettel sein ja was ist das für blaue punkte auf der map blaue auf der mini map sind sie blaue punkte ich hätte gesagt die sind grün aber vielleicht sehen wir das wenn man ah das sind steine vielleicht weil hier liegt einer ach so du hast schon einen ne ja ok also gegenstände wahrscheinlich ok das kann sein da unten sind ja einer ist akku gut das hätte glaube ich sogar ein blinder gesehen soll sich gehackten Achtung dort vorne ist was gelbes könnte sein dass ich da den stein du kannst hier links rein folge mir bleib wo du bist bleib da bleib ich hab angst wenn du mitkommst äh du bleibst davon stehen vorhanden ja oh warte da ist ein item der ist toll moni so jetzt mache ich wahrscheinlich den strom aus und das kommt auf mich zu oder was sagst du was soll schon passiert das ist ja langweilig ich gehe hier lang zu den käfern es ist nicht hier ist gar nichts ist mit diesen liegenden ich darf nicht was die wollen ich sollte nicht weitergehen vielleicht stehen die erst später auf und war warum habe ich hier fußabdrücke schau mal irgendwas passiert ok wie war es wüssten doch da hinten ich finde es ein bisschen bedenklich dass die lütte fragt wie war ich ok wir sind also wirklich danach hier oder ja danach eindeutig sonst hättest du erstens die nachricht nicht ja logisch ja danke danke ich bin nicht dumm und zweitens wäre hier sonst nicht zu ich bin nicht dumm wir müssen hier lang wenn du magst kannst du die folge beenden fällt mir gerade so auf ist schon soweit es ist schon soweit gut dann 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 werfen wir nein das ist mein stein nein mein stein mein stein tschüss oh nein mein stein ob ihr ihn kriegt oder nicht seht ihr in der nächsten folge tschüss kriegt doch nicht tschaui tschaui okay kein friendly fire finde ich gut du verkehrt ich schnapp mir jetzt deinen stein ich schnapp ihn mir jetzt nein sauerich bin tot aber du bist zu schwach du kannst den nicht aufheben aaaaaaaaaaah du bist so so schwach so schwach so schwach sie haben gesagt Resident Evil Revelations ist wieder unheimlich so schwach okay gut ich mach stopp